Servus, ich bin der Alex. Ich erzähle auch, wie ich dich kennengelernt habe Jule. Also ich bin gerade eine super tolle Mutter und die habe ich auch gerne kennengelernt und so, dass sie diese tolle Möglichkeit gab, hier auf dieses Event zu kommen. Ich habe Jule den ganzen Sommer verbracht und durch seine 10 Coachings, die wir zusammen hatten, habe ich mich extrem weiter erhöht und habe, nachdem wir das Event vorgeschlagen hatten, habe ich gesagt, ich bin sofort dabei. Es sind viele Sachen, die wir vorher schon bekommen haben, aber man ist schön in die Tiefe, man befasst sich wirklich mit der Materie und denken darüber nach, was man wirklich will und wann man was will. Ich fand es gut, dass du mich an die Hand genommen hast und es hat mir gestern schon gesagt, dass ich öffentlich über mein tiefstes Problem reden soll. Das war sehr erfreiend. Die Eskalation gestern war sehr intensiv. Ich wusste zwar vorher schon, was ich alles machen werde, aber beim Feuerlauf bin ich halt extrem in Trance gewesen. Und bin zehnmal drüber gelaufen und kann sich stehen geblieben. Ja, einfach so. Das war schon ganz im Moment.